und da sind wir zu einer neuen runde von survival games übrigens ich bin auf dem heavy wars hervorherst wieder offen mit vielen neuen spielen wie zum beispiel horse race beast mode quick sg habe ich alles schon ausprobiert also auf jeden fall alles richtig geil auf jeden fall mal vorbei gucken und ich würde erstmal eine runde sg aufnehmen es kam ja in der letzten zeit erst mal sehr wenig wegen schule und so und los geht's jolo 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 ja 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 jo 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 gleich am spawn töten oh ja oh ja oh ja oh ich bin ein assi ich bin ein assi und töte am spawn oh ja oh ja ich bin so schlecht oh ja ich bin so unheimlich schlecht und das leckt etwas aber also bisher von den lecks finde ich ist wo auch stimmen bruch kacke also von den lecks es gibt wirklich keine lecks auf diesem server ich finde den so geil bis auf den jetzt gerade aber ich glaube das lag eher am ein baum was hat der für eine hammer rüstung wenn ich den habe alter warte ich bin ja op geil 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 aber ich glaub zwei rechnen nicht für ein level Hier ist ja gar kein Zaubertisch. Was ist da los? Wie viele Punkte hat er mir gegeben? 5 Punkte, krass. Übrigens, was traurig ist, die Punkte wurden wieder durchsetet. Also ich habe jetzt nicht mehr über 2000 Punkte, sondern habe jetzt 5 Punkte. Unglaublich, ne? Also wer hätte das gedacht, dass wenn man das 0 plus 5 5 ist. Das ist echt unglaublich. Okay, da haben wir gleich den nächsten niedergerafft. Jetzt kommt wahrscheinlich jemand von hinten und macht mich tot. Ich bin immer so schlecht. Ich gucke einfach nicht nach hinten. Gut, zweiter Kill und da ist der nächste. Und noch ein nächster. Fuck. Was mache ich jetzt? Kämpfen die? Da hat gerade ein bisschen meine Tür geklingelt. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht gehört. Meine Tür hat geklingelt. Ich bin im Geld. Ach, weißt du was? Ich schlaufe jetzt weg. Weg, Skylar. Lieber nach anderen Leuten suchen, die man vielleicht nie damit sehen kann. Oh, jetzt waren die auch noch Team. Was soll denn das? Ey, ich möchte nur mal bemerken, ich habe bisher erst... Alter, scheiße, nein. Fuck. Boom. Also theoretisch habe ich... Habe ich... Haben wir die exakt selber Rüstungspunkte. Nur ich habe ein Steinschwert und was hat der? Wow. Nein, 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 nein. Ich versuche jetzt hier hoch zu kommen. Und Deathmatch. What the fuck? Ich werde gewinnen, ich werde gewinnen. Yo, und der hat eine Angel. Oh, der hat ja locker einen Vorteil hier. Boom, 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 boom. Jetzt mache ich boom, boom mit dir. Jetzt, wo du mich angegriffen hast. Ey, zieh doch mal in der Angel ein. Das nervt mich gerade ein bisschen. Das sollte man in Minecraft auch mal verbessern. Mit den Angeln. Und ich habe gerade voll Adrenalin. Wenn ich den nicht schaffe, dann... Scheiße. Komm, bleib doch mal stehen. No, bleib doch einfach. Ja. Ja, die habe ich natürlich dann keine Chance. Und... Ah, ich kann regen, ich kann regen. Er kann es nicht. Was? Hier kommt man nicht... Oh, hallo, Fußball. Hast du kein Schwert? Er hat einen Bogen. Den brauche ich. Ja, Bogen. Bogen, Bogen, Bogen. Ah, die Scheiße, Mann. Die sind alles so eine Noobs, die wegrennen. Dann eben doch auf den da. Gut, dass ich nicht ganz so der Schlecht, dass ich in PvP bin. Und auch bei den unmöglichsten Gegebenheiten noch die Leute treffe. Ne, ich bin diesmal ein bisschen schlauer und lauf. Außenrum. Und er ist oben. Und ich bin nicht oben. Und jetzt bist du im Vorteil. Aber nein, bist du nicht. Denn ich werde dich jetzt töten. Und es gibt gerade ein Leck. Und du bist tot. Bist ein kleiner Bitch. Helm anziehen, Rüstung anziehen. Okay, das ist ziemlich knapp verlaufen gerade. Ich habe eine komplette Eisenrüstung, falls es jemandem noch nicht aufgefallen ist. Und ein Kuchen. Sehr gut für PvP. Nicht nur, weil man den Leuten damit den Weg versperren kann, sondern auch, weil man im Kampf schnell was essen kann, indem man den setzt. Und dann kann man kurz mal zweimal draufklicken. Und dann isst man den. Und dann hast du deinen Hungerspunkte ein bisschen bereinigt. Und eigentlich ist der Kuchen eigentlich sehr gut. Für den Fall, dass du mal irgendwie in die Kämpferei gezogen wirst. Überhaupt ist Kuchen sehr gut. Acht Punkte habe ich für den Glück gekriegt. Das bedeutet, er muss schon mal irgendeine Runde gespielt haben. Oder er hat diese Runde ein paar getötet. Boah, ich zitter total. Ich hasse PvP, weil ich... Wenn ich da allein spiele, da bin ich immer so unberuhigt. Alleine ist nämlich anders als zu zweit. Du hast jemanden, der dann irgendwie mit dir so ein bisschen tanken kann. Ah, besser als auf 5. Du kannst hier Rechtskrieg auf Thronen machen. Es ist sowieso besser auf 5. Also, ich habe gerade gemerkt, hier kostet Premium sogar mehr als auf 5. Und das finde ich sehr unglaubwürdig. Du hast keine Chance. Und ich brenne. Wie kommt das? Ich werde sterben. Boah. Halbes Herz. Fuck. Nein. Nein. Och, bitte nicht. Scheiß Soul Sand. Fuck. Hier kommt man nicht mehr raus. Der scheiß Soul Sand. Was ist denn jetzt Soul Sand? Niedriger oder höher? Mann, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Vielleicht mache ich erst mal Cut an dieser Stelle, wenn nicht gleich was passiert. Also, falls ihr jetzt weiter seht, dass noch jetzt was kommt, dann habe ich jetzt keinen Cut gemacht. Und wenn jetzt irgendein Cut kommt und ich nicht mehr weitermache und dann später weitergeht und dann irgendwie steht 5 Minuten später, dann habt ihr jetzt erst mal nichts zu sehen. Also, ja, das ist jetzt kurz meine Ruhepause und ja. Okay, so. Falls ich jetzt keinen Cut gemacht habe, hier geht es dann direkt weiter. Jetzt kann ich den Knopf nicht drücken. Was ist da los? Ich glaube, ich muss beide gleichzeitig drücken. Ich werde mir mal eine Angel besorgen und ein paar Pfeile oder erst mal einen Bogen. So. Und dann muss ich warten, jetzt bis ich den Kuchen aufessen kann. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Was mache ich denn auch? Okay, man konnte ihn ab. Mist, wie mache ich das? Och, geh doch weg, du scheiß Kuchen. Was ist da los? Was ist mit dieser Schaltung? Oh Gott, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ich glaube, ich muss einfach hier warten. Wäre ich hier nicht reingegangen? Och, Mann. Was ist da los? Hier scheint schon ein paar Leute gestorben zu sein. Ich werde das mal wegwerfen. Das muss doch irgendwie gehen. Ich glaube, da hat irgendwas falsch gemacht. Ich gucke mal, was hier drunter ist. Lava. Fuck, ich bin verloren. Ich bin verloren. Mist. Ich stecke in einem Loch bei einem Friedhof. Ja, toll. Dena Play. Cooler Faker. So, äh. Wo sind denn die Leute? Ich sollte mal ein bisschen Essen hier reinpacken, so. Ähm, ja. Hoffentlich ist bei Death... Ein Death muss noch und dann ist Deathmatch, glaube ich. Das wäre natürlich toll. Was ist denn da los? Boah, ich kann hier gar nichts machen. Mist. Man kann sich hier nicht durchbaggen oder so. Oh, ich hab's geschafft. Okay, so. Hier ist der Cut dann vorbei. Ich hab's eben geschafft, mir den Block abzubauen und bin dann gesprungen und hab's dann geschafft. Also, ich hab überschlossen, die Stelle dann wegzukutten. Und wenn ich jetzt vergessen habe, die Stelle wegzukutten, schreibt mir den dummen Fail in die Kommentare. Deathmatch in 50 Sekunden. Boah. Und deswegen hab ich mir so eine Mühe gemacht, mich da rauszubaggen. Boah. Scheiße. Ich bin ja so blöd. Hier ist ja nix. So, äh. Es ist übrigens auch nicht so viel Zeit vergangen, jetzt, wenn ihr das nicht mitgesehen habt. Also, circa zwei Minuten. Zwei Minuten war es höchstens, wie ich da drin steckte, bis ich auf die Idee gekommen bin, einfach mal den Block abzubauen. So, Deathmatch geht ab. Deathmatch geht ab, yo. Deathmatch geht ab. In 20 Sekunden. In einem 20er geht das Deathmatch los. Und ich... Es leben noch vier Leute. Es ist, glaube ich, eben sogar noch einer gestorben, nämlich dieser Dena-Play. Oh, cool. Alchester, wie viel es? In der letzten Sekunde. Ich liebe es. Oh, wegrennen, wegrennen, wegrennen. Lol, der hat vor es fehlt. Der hat richtig vor es fehlt. Oh, lol. Hammer, schlecht. Schlechte, schlecht. Ich glaube, ich halte mich jetzt erst mal hier aus dem Gefecht raus. Die Team, wie die Team hier. Die Teamen, die Teamen, die Teamen. Da muss ich das erst mal auseinanderrubben, das Team. Bogenpower! Bogenpower! Bogenpower? Oh, Mann, Alter. Lasst mich doch in Ruhe. Lasst mich doch in Ruhe. Okay, einer ist tot. Und die restlichen beiden sind Team. Na, das liebe ich doch. Auf Distanz halten. Und der eine hat einen Bogen. Da habe ich doch gar keine Chance. Alter. Und laufen, 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 laufen. Regen, Regen, Regen. Ich muss Regen. Fuck, ich muss Regen. Ich habe eine Chance vielleicht einen von denen noch zu töten oder so. Ich muss Regen. Ich muss Regen. Nein. Nein. Ja, Schlecher. Oh, okay. Also, ich würde sagen, eigentlich eine richtig super kurze, geile Runde. Nur das Team fand ich dann ein bisschen unfair. Also, eigentlich fand ich es ganz okay. Wir sehen uns dann in der nächsten Runde, wenn ich nicht noch irgendwas dran hänge. Also, einfach Tschüss und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.